Wir müssen da jetzt ernsthaft nochmal durch. Wir müssen nur genug Skacks tüten. Die vom Sheriff, oder? Yay! Alter, wie die Damage machen. Wird's richtige Waffe aussuchen? Wir wissen einer. Die wollen's ja echt kriegen, ne? Du musst ihn ins Maul schießen. Ich hab eine Zunge. Ja, ich weiß. Du musst ihn ins Maul schießen, um die Zunge zu bekommen. Junge, ich hab mit der Bazooka drauf geballert. Verlangt von mir nicht, dass ich mit der Bazooka in die Fresse ballert und treffe. Ja, lass. Fertig's dir vor. Genau. Ja, ja. Dürft die zweite liegen. Warte mal kurz. Zweite. Dritte. Der Schrotze kann man auch... Oh, da ist einer. Da ist einer. Der X-Bomb hier. Aua. Wo ist denn die Fresse von dem? Da. Da. Ja, sorry. Ah, war der Hintern. Ich konnte dich nicht wiederbeleben. Ich musste mich mit dem Skag wiederbeleben. Egal, drei Stück haben wir schonmal. Da. 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 Zunge. Noch eine Zunge. Sorge mir. Oh, lag. Zählt das auch? Und zurück. Da ist Loot. Wie viel Live-Re... Äh... Ach nee, du hast noch Live-Steel. Was ist sonst für... Ich hab Live-Steel und Live-Reggie. Ja, was ist... Was hast du für ein Live-Reggie? Zwei Prozent pro Sekunde. Das ist nicht nöcht. Wie zieht denn die eigentlich... Zieht die nur Slack? Ja. Oh, da war noch... Plus drei Vagazin-Größe. Vagazin-Größe, genau. Sehr nice. Nächstes Level. Der Raka ist inzwischen viel zu groß für seine kleine Behausung. Schätze, es wird Zeit, dass du eine neue Unterkunft für ihn findest. Vollgeben, einfach nur. Ich guck grad, weil ich live-weißig hoch machen kann. Bei Ganse benutze ich eh nie. Maximal Gesundheit und gibt dir eine geringe Gesundheitsregeneration. Wenn du durch feine Schaden nimmst, erhöht sich ein paar Sekunden lang Erwögel und Nachteilgeschwindigkeit. Pottart weniger. Was ist das hier? Na, an der Waffe verpasst du hier kurz eigentlich einen Bonus auf deine Feuerrad, okay? Und die Waffen, welche ich zum Schaden an der kritischen Treffer hatte, Waffen hat. Boah, ich glaub ich lesen wir das später irgendwann mal kurz durch. Dann guck ich, ob was... Mach's Off-Crain, hab ich auch schon gemacht. Ja. Das ist ja später. Ja. Mein Lifestealer erhöht sich gleich noch ein bisschen mehr. Da scale ich auch schon auf fünf. Ja. Kann man da hoch? Ja, mach mal try. Komm zu mir einfach. Du müsst der Drextöle folgen. Ja, ich kill grad ein Badass Marauder. Uiuiui, das muss weh tun. Ah! Ah! Sirene-Klassen-Mod gedroppt. Bring mit. Ich weiß nur nicht welchen. Ich guck kurz nach. Was ist das denn? Kannst zurückkommen, ne? Äh, zu mir kommen. Ja, ja. Ich skill mal fix. Ich hab mehrere Sirenes Klassen-Mod, ne? Ich hab, äh, einmal SMG-Schussschaden plus 50%. Langweilig. Team... Ah, das Kommando. Äh, maximal Gesundheit ist auch unnütz. Abklingzeit für mich. Kommst du ran? Bin ich momentan drauf. Du hast Abklingzeit drauf? Nein, ich hab Zerstörung. SMG-Schussschaden plus 31%, SMG-Genauigkeit minus 12%. Ich hab SMG-Schussschaden plus 52%. Bring mit. Ja, hab ich doch dabei. Was kann ich draufpacken? Team-Abklingzeit plus 14%. Bringt dir nix. Mach dir lieber was, was dir Magazin erhöht oder so. Ne, Magazin ist unnötig. Wenn ich das Schussschaden... Alter, ich hab Magazin drauf. Das bringt's bei mir viel mehr. Lieber baller ich 500 Mal drauf als, äh... 300 Mal? Yeah. Ey. Mach's Mank damit. Also, ähm... Mach's Mank damit. Ja. Ja. Ist... Oh. Ich bin gleich nicht da. Kannst du ran, Alter? Ja, ich bin vorbeigelaufen. Kannst du kurz was dingeben, dass, ähm... Nö, was zahlst du? Ich heil dich die ganze Zeit, du Penner. Trotzdem... Die Welt geht... Es geht um Business, okay? Yeah, Freunde! Einmal... Zweimal... Dreimal... Ist hier ne Feuerparty. Hallo, trefft doch. Sind beide scheißen. Eindeutig den Schild. Oh, immunität gegen Feuerschaden? Eindeutig den Schild. Besser bei dir? Bei mir war... Ja, ich hab den Schild genommen. Ja, viel besser. Macht... Mehr Schild und Nova-Schaden. Ist... Hammer, gell? Weißt du, du verrext... Du verrext... Machst dann erstmal ein... 1800er Damage. Das ist natürlich ziemlich nice. Also, in Umgebung natürlich, ne? Sehr gut. Aber nächste Quest aktiviert. Ja, mach dat mal. Ja. The Bane, ne? Ach, ein Batman, warte. Julian? Ja? Wo läuft's denn, du lang? Jürgens? Ja. Ja. Ein bisschen Brainer, of course. Sorry. Tschüss. Ick dich, du Nut. Wie viel Life hast du mittlerweile? Ich weiß es nicht, bin ich full Life? Ich würd's dir ja gern sagen, ne? Aber... Ist leider nix. So, hier sind ganz viele Freunde. Also, ich hab 2577. Ja, ich weiß es nicht. Ich werd's aber auch nie erfahren, weil ich nie full Life sein werde. Ja, doch... Ich laufe da jetzt einmal vorbei, ne? Ich hab keinen Bock dazu kämpfen gerade. Nachdem du gestorben bist, hast du full Life. Hä, was? Nachdem du gestorben bist, hast du full Life. Ja, ja. Also, ganz tot, bis du wiederbelebt wurdest. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Wird aber nicht so oft passieren. Machen wir mal einen Flitzer, ne? Das ist die Flitze kacke. Oh ja. Ich bin die Bubele. Hahaha. Ja, hast doch mal gesagt. Fabio, gell? Was? Ne, das war von... Ah! Soan! Alter, die machen Damage. Wie nett, die Viecher. Gib dir im Nahkampf. Wo ist der? Da. Ach, ja. Lauf mal rein. Verdammt. Hahaha. Ich dachte, ich kommt durch. Hahaha. Geil. Oh man, ich hab's in der Aufmerksamkeit. Weißt du? Du löst drunter durch und BAM! Wunderbar. Äh, da ist ein Schild, wo Piss Off draufsteht. Erstmal Screenshot machen. Ein Grab davor. So, SMG nur. Bullshit. Doch, doch, doch. Das ist interessant. Gebt mal kurz her zu Bane. War ich das auch? 220... Achso. Du darfst mal kurz raus. Mit, ähm... Du willst doch kurz anschauen. Das ist das, was ich mein. Das zieht nicht so viel, finde ich. Gib's mal kurz. Wenn's das ist, was ich meine, dann behalte ich das gar nicht so weiter, glaube ich. Ich finde die jetzt nicht so mega Porno. In Spanien regnet es Kastanien. Was? Ja, das ist sie. Miko? Wo bist du? Hier. Du kannst dich mit Afos nicht bewegen. Da ist ein Problem dran. Du kannst dich mit The Band fast nicht bewegen. Aber die ist so geil. Ja, baller mich mal ab. Dann sehe ich, wie viel die zieht. Nein. Das nicht. Ja, guck mal. Die macht zum Beispiel... Elektroschall. Ja, 100 halt. Okay. Niko, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Bleib vor und nach von The Bane. Alter, was ist das für eine Kackwaffe. Riesending. Achtung. Hörste? Die redet. Die kommt schon, wie ich damit laufen kann. Ich renne gerade. Geil. Oh Mann. Du bist auch durch. Die ist richtig geil eigentlich, die Waffe. Die macht halt Schaden, die Sau. Ja, aber du bist halt damit ziemlich äh... Ich netzes mal Positions... Also sehr fixiert einfach. Also Bosskampf, wo du nicht viel rennen musst, sind sie chillig. Ja, dann klar. Dann baller ich dann auch mit der ähm... Ding durch, ne? Auch im Vorbeigehen looten. I don't have grenade. Wird, wir haben noch was vor. I'd catch a grenade for ya. Scheiße, Niko. Wird? Was? Schau auf die Karte. What? Das hat sich aber so aktualisiert. Oh, ihr dürft. Nein, ich hab grad ne neue Quest genommen. Ja gut, dann... Geh mal hier lang, ne? Ja. Ich hab irgendwie ein schlechtes Gefühl, wenn ich hier auf den Gleisen rumlaufe. Erinnert mich an den Tod von mir. Die Frau ist mir sympathisch. Welche? Der Sheriff. Ach so. Oh, ich bin an einem Beweis vorbei gelaufen. Nein, glaub schon. Yay! Ah, in der Höhle. Put my hands on a blade for ya. Wie viel XP hast du? Äh, 3 Balken. 2,5. Die Laborratte hat so mega viel Leben, das ist so unschön. Warte, nicht töten. Das war ein Mongo. Warte. Nicht töten. Das war ein Mongo. Baka, 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 baka. Knast ausgebrochen ist. Hat ihn in die Luft gejagt und Jack und mir Rache geschworen. Meinte, wir hätten ihn erst zum Banditen gemacht, weil wir seinen Köter umgebracht haben. Zwischen uns beiden sollte die Sache viel einfacher ablaufen. Entweder ich sterbe oder du stirbst. Okay. Oh ja. Anstrengend. Hast du den gesnipert oder warte ich? Jetzt warst du. Der kommt bedrohlich nah. Wer? Nix, 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 nix. Nicht der Rede wert. Nicht der Rede wert. Nop. Müssen wir nach der Außen-Cuts. Watt? Wir können weiter nach der Außen-Cuts und noch nix. Oh, okay.